So, sauber und sprüssig machen wir hier weiter und zwar mit der Map Breach Herrschaft. Kennen die Maps selber noch nicht? Noch nicht gespielt? Ja, ich sage jetzt immer vorher Bescheid, ob ich die Map gespielt habe oder nicht. So gibt es wenigstens keine Vorteile und keine Nachteile. Muss ich halt erst mal sich da durchfuchsen. Schöner Red Pool hier, ah lecker. Also, das macht auf jeden Fall mehr Spaß als diese Adventure Warfare. Also, das ist wirklich so Geschmackssache. Aber die kriegen den Teil besser. Spielt sich besser, sag ich mal. Und man hat hier schon alles irgendwie geregelt hier. Müsste hier nicht sehr hyperaktive sein hier im Gameplay. Ja, Spaß. Toll erzählen. Ich bin jetzt rumgehüpfen hier. Musste ich mich noch dran gewöhnen. Granate! Bravo gesichert. Schade, dachte ich, ich kaufte ihn noch irgendwie. Moin! Unser Hase kommt hier ein bisschen... Ja. Wir verlieren sie. Wir verlieren Bravo. Ach, zieh ist da hinten. Scheiße. Oh, schade. Ja. Bravo verloren. Feindliche Drohne näher ziehen. Wo ist die da? Sieh am Ziel. Aua, nicht erwischt, ey. Sieh am Ziel. Ah, sauber. Ah, sauber. Gönner Abschluss. Wir haben Alpha verloren. Ah, wie sie denn? Es ist halt keine Vernunft mehr. Was, das war nicht mein Abschluss? Oh. Jetzt kacken wir ja hier richtig ab, ey. Nein. Wir verlieren Bravo. Verbündete Vorräte. Sichern A. Nein, 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 nein. Vorraten B eingenommen. Nein, 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 nein. Vorraten B eingenommen. Sichern B. Alpha ist abgesichert. Drohne nähert sich. Mehrere feindliche Drohne nähert sich. Mehrere feindliche Drohnen. Wir werden... Ah, was ist denn hier los, Mann? Sieh erledigt. Ah, kann doch nicht sein. Dann hat man nach hier. Wir haben Charlie verloren. Verstärktes Geschütz eingesetzt. Einer da, Einer da. Dann füllt der uns. Drohne bereit zum Einsatz. Perimeter auf. Ausnahme. Sechs. Ha, 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 ha. Was ist denn so gedacht, ey? Du Spinner. Verbündete Drohne nähert sich. Boah, ey. Irgendwann stunden mit den Haaren. Irgendwie nicht. Äh. Kommt mir irgendwie nicht das. Kuhschau vor. Granate! Boah, ich wollte schön Kuh drücken, ey. Fuck. Charlie wird gesichert. Unend erledigt. Der Feind hat A. C gesichert. Sauber, 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 Sauber. Wir verlieren Bravo. Nein! Scheissblendgranate. Oh, nein! Blenden. Mann. Vorwärts. Oh, schon wieder, ey. Dreimal, ey. Leute, ey. Dann haben recht. Ja, aber ey. So, Blenden. Scheiße. Wir blenden. Wir blenden zwar auch ganz hier einer, aber... Stopp, vermisch hier dreimal rammelt, alter. Ja, ne. Uh, sehr nice. Die sieht auch sehr geil aus. Wo ist denn hier A, man? Ah, schade. Die kamen leider zu spät. Ah, die sind alle bei B, wa? Ah, scheiße. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Mann, für den Nebel hab ich das ja hier. Ooooooh. Mann, ey. Spatz geil ab hier, ey, ey. Nein! Verdammt, ey. Warum schmeiß ich nicht Feuer? Feindliche Drohne nähert sich. Pull, du bist nicht. Hm. Komm, beweglich, alter. Komm, 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 komm. Mann! Jesus Christus, alter. Wenn ihr scheiß A, da. Ja. Aah. Bo oooh. Miesus, alter. Ach, deine Scene. Nein, alter, hinter uns. Mann. Haben wir hier alles verloren, ey Mann, Mann, ey Ja, Jesus, ey, ey So viel Spinner, ey Ey, jetzt Müssen wir jetzt aber hier nochmal einen richtigen krassen Sahnen zulegen, ey Wird auch mein neuer Titel, äh, 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 bei YouTube dann, äh, Jesus, tötet mich, Alter Ey, wog denn? Dauber Ist mal dran gewöhnen hier, wo lang, ey Na Ah, nein Oh Komm, nimm ein, nimm ein, nimm ein Voll Loll Hammer Müssen wir hier schon jetzt hier einnehmen Ach, Mann, ey, was ist denn ein Tipp, ey So eine Scheiße, ey Der Charlie ist abgesichert Drohne nähert sich Oh Mann, ey Wir verlieren Charlie Sichern Alpha Feindliche Drohne nähert sich Wir werden hier dominiert Die Drohne da einnehmen Alpha ist abgesichert Ey, wir kacken hier richtig ab, ey Blitzschlag, Zielerfassung, aktiv Feindlicher Drohne Bevor Ne, der pimmelt mir auf den Sack, ey B ist abgesichert Feindliche Drohne nähert sich Verbündete Vorräte nähert sich Mann, stürbt doch, Mann Mann, ey Sichern A So ein Bullshit, Alter Achtung Feindlicher Hellstorm unterwegs Charlie Wir haben Bravo verloren Alpha gesichert Achtung Feindliche Drohne nähert sich Die Krise, Alter, ey Drohne nähert sich Nach dem Erdnach Wir werden nah Das ist glaube ich hier von Arsch, Alter Wir haben A verloren Verlänger hier ständig, Mann Feindliche Drohne nähert sich B gesichert Achtung Feindliche Drohne nähert sich Ey, das ist ein Witz, ey Nimm doch mal scheiß A ein, ey Man, ich werde hier geblendet, hier fickt im Arsch, hier fickt und dann triff ich nur schnell Wir haben Bravo verloren Oh, Alter, ich ziehe meinen Schädel, Alter B, A und C, oh Verdrohung neutralisiert Wir haben C verloren Sichern B Feindliche Drohne geschüttelt Keine Ratte, ey Alter, die mal ja voll hier Was ist denn nur ein Eiden neben hier, ey Die Knoten konnte nicht sein Feindliche Drohne geschüttelt Feindliche Drohne Feindliche Drohne nähert sich Wir verlieren C Sichern B Ach, das wird doch hier nichts mehr, ey Das kotzt mich an, ey 13,25, Alter, drückt man gar nicht so ran Die Runde ist vorbei, mach das wieder wett C KB Feindliche Drohne geschüttelt Achtung Feindliche Headstock unter Wicht Banatwerfer, nice, klar So, okay, monat, dass wir hier verlieren, Mann Aber klar, jeder Scheiß Gameplay hoch ist mir, ja, was die Leute denken Sichern Bravo War ja ein Witz, ey Oh Mann, ey Was, ein Scheiß Team, ey, wieder Scheitern wird nicht belohnt Zurück zur Basis, zur Besprechung Ja Geh zurück ins Bootcamp Nicht wirklich, ey Scheiß, ey, ey Oh mein Gott 13,26, mein schlechtes Spiel, ey In meiner ganzen Video 10er von Black Ops 3 Wieder hier, Mann, Mann, Mann Na ja, scheiß drauf Kann man hier freigeschaltet, was schön hat Was man diesmal auch nutzen kann So, Klassen Ich muss nur unbedingt zwei merken, ey Was, ey, ist voll Belastend, ey Naja, auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder, war Rot da rein Bis dann B2